Was kann das Girokonto und Depot bei der Comdirect alles und wie sind die Konditionen? Alles, was du darüber zum Einstieg wissen musst, erkläre ich dir ausführlich und einfach in diesem Tutorial. Comdirect ist eine Direktbank, welche du übers Web oder die App nutzen kannst. Sie hat keine Filialen, was die allgemeinen Gebühren günstiger macht. Du hast aber einen Online-Kundenservice und kannst auch Bargeld ein- und auszahlen, gleich noch mehr dazu. Neben Girokonten, wo du auch eine Kreditkarte dazu buchen kannst, hat Comdirect auch einen großen Fokus auf Wertpapierhandel, wo du auch ein Depot eröffnen kannst. Bei den Girokonten gibt es insgesamt drei unterschiedliche Kontoarten. Das günstigste ist das Girokonto aktiv, was bei einer aktiven Nutzung kein monatliches Entgelt kostet. Als aktive Nutzung zählt ein monatlicher Geldeingang von 700 Euro oder drei Zahlungen im Monat mit Apple oder Google Pay oder die Ausführung eines Trade- oder Wertpapiersparplan im Monat. Als Person unter 28 Jahren, Student, Schüler, Auszubildender oder Praktikant, erhältst du automatisch den Aktivstatus. Erfüllst du keines dieser Kriterien, zahlst du nach den ersten sechs Monaten eine monatliche Kontoführungsgebühr von 4,90 Euro. Wir erhalten bei diesem Konto eine kostenlose Visa-Debitkarte dazu, wo wir in allen unterstützten Visa-Geldautomaten weltweit dreimal pro Monat kostenlos Bargeld abheben können, sowie in unterstützten Läden im Einzelhandel, beispielsweise im Supermarkt. Zusätzlich können wir bei jedem Girokonto auch für 1 Euro pro Monat eine Girocard buchen, mit welcher wir unbegrenzt kostenlos Bargeld in Deutschland an Bankautomaten, der Commerzbank, Deutsche Bank, Postbank oder Hypovereinsbank abheben können, sowie an Shell-Tankstellen und vielen Einzelhandel-Filialen. Im Einzelhandel können wir auch mit der Debitkarte Bargeld einzahlen, was dreimal im Jahr kostenlos geht. Generell können wir mit der Karte oder Google oder Apple Pay kostenlos Zahlungen in Euro tätigen. Sowie auch Überweisungen, Daueraufträge und Terminüberweisungen durchführen. Führen wir Zahlungen in Fremdwährung durch, fällt eine Gebühr von 1,75% an. Möchten wir eine Echtzeitüberweisung durchführen, kostet das 1 Euro pro Auftrag und überziehen wir unser Konto, haben wir einen Sollzins von 10,75% pro Jahr. Für 2,90 Euro pro Monat können wir auch das Girokonto extra abonnieren. Damit erhalten wir 5 statt 3 monatlich kostenlose Bargeldabhebungen mit unserer Debitkarte. Hier erhalten wir auch eine Visa-Kreditkarte, wobei Zahlungen in Fremdwährungen die Gebühren wegfallen. Dafür haben wir bei der Karte aber Gebühren beim Bargeld abheben. Hier ist es also sinnvoll, mit der Debitkarte Bargeld abzuheben und im Ausland idealerweise direkt mit der Kreditkarte in Geschäften zu bezahlen. Zusätzlich sind Echtzeitüberweisungen auch kostenlos. Für 9,90 Euro pro Monat gibt es dann noch das Girokonto Plus, wo wir unbegrenzt viele kostenlose Bargeldabhebungen durchführen können, sowie ebenfalls mit der Kreditkarte die Fremdwährungsgebühren nicht zahlen müssen. Hier erhalten wir auch das Reise-Sorglos-Paket, was eine Auslandsreisegepäck- und Krankenversicherung enthält, sowie Mietwagenschutz, Notfallservice und Reiserücktrittsversicherung. Hier solltest du dir die Konditionen aber genau durchlesen, wenn du wissen willst, ob die für dich passt. Neben dem Girokonto gibt es dann auch die Depots, wo wir uns später im eigenen Kapitel die Konditionen anschauen. Über den Link in der Beschreibung kannst du dir nochmal alle aktuellen Konditionen im Detail anschauen, welche inzwischen abgeändert sein können, da dieses Video aus Oktober 2023 ist. Neben dem Girokonto erhalten wir auch ein Tagesgeld-Plus-Konto, welches besser verzinst wird. Doch wie eröffnen wir jetzt dein Konto? Dafür einfach auf den ersten Link in der Beschreibung klicken. Dort können wir direkt eins der drei Girokonten eröffnen. Dieses können wir als Einzelkonto für uns alleine oder als Gemeinschaftskonto eröffnen. Dann müssen wir persönliche Angaben zu uns als Person machen, wo wir auch eine E-Mail-Adresse und Handynummer angeben müssen. Die Handynummer ist für die späteren Verifizierungsschritte sehr wichtig. Jetzt machen wir noch Angaben zu unserem Beruf und geben unsere Steuer-ID ein. Falls wir Letzteres nicht tun, ruft Comdirect die ID beim Bundeszentralamt für Steuern ab. Jetzt müssen wir noch angeben, was für einen regelmäßigen Geldeingang wir pro Monat auf dem Girokonto erwarten und wie viel Bargeld ein- und Auszahlungen. Das muss nicht 100% akkurat sein. Falls wir Geld regelmäßig ins Ausland überweisen oder daher erhalten, sollten wir das hier auch angeben. Wofür die Angaben wichtig sind, kann ich dir nicht genau sagen, aber ich schätze, der Geldeingang ist relevant für den Dispo-Rahmen und die anderen Angaben, um Betrugsverhalten besser zu erkennen. Neben der normalen Visa-Debit-Karte können wir dann für 1 Euro pro Monat auch noch eine Girokarte dazu buchen. Das ist relevant, wenn du in vielen Läden in Deutschland mit Karte bezahlst, die nur EC-Karten unterstützen. Diese sollten aber in den nächsten Jahren abgeschafft werden. Wollen wir unser Girokonto überziehen können, haben wir die Möglichkeit, einen Dispo-Rahmen zu beantragen. Dieser geht bis zum dreifachen Nettoeinkommen. Neben dem Girokonto können wir auch noch direkt ein Depot mit öffnen, falls wir Wertpapiere bei der Comdirect handeln möchten. Dort müssen wir dann auch noch unsere Kenntnisse angeben. Jetzt sehen wir nochmal alle Angaben im Überblick und können diese nochmal korrigieren. Ist alles richtig, müssen wir im nächsten Schritt die Vertragsbedingungen lesen und akzeptieren, sowie die Datenübermittlung zur Schufa erlauben, welche überprüft, ob wir für die Kontoeröffnung geeignet sind. Mehr zur Schufa habe ich dir auch in einem eigenen Tutorial erklärt. Unser Antrag ist jetzt erstellt und wir müssen nur noch unsere Identität verifizieren. Dafür erhalten wir eine E-Mail, über welche wir unsere Identität per Videocall, vor Ort in einer deutschen Postfiliale oder über die App mit einem Personalausweis mit PIN bestätigen können. Wähle hier einfach die Option, welche für dich am besten passt. Ich habe hier jetzt die E-Identität durchgeführt. Ist unsere Identität bestätigt und die Kontoeröffnung abgeschlossen, erhalten wir eine E-Mail, über welche wir alle Vertragsunterlagen herunterladen können und unsere Zugangsdaten für das Konto festlegen können. Hier müssen wir dann unsere Handynummer bestätigen und dann legen wir eine PIN mit sechs Ziffern fest. Diese PIN geben wir zukünftig immer im Zusammenhang mit unserer erhaltenen Zugangsnummer auf der Webseite oder App ein, um uns in unser Konto einzuloggen. Diese solltest du dir auf jeden Fall merken. Melden wir uns dann das erste Mal an, müssen wir noch ein TAN-Verfahren aktivieren. Das geht mit der PhotoTAN-App auf unserem Smartphone. Dort müssen wir ein weiteres Passwort nur für die PhotoTAN-App festlegen, wo wir auch Face ID hinzufügen können, um diese einfacher damit zukünftig entsperren zu können. Jetzt müssen wir auch die Login-Informationen eingeben und den QR-Code von der Webseite scannen. Damit ist das TAN-Verfahren aktiviert und wir können neue Anmeldungen und Transaktionen einfach per Vision in der App bestätigen. Diese doppelte Bestätigung auf zwei unterschiedlichen Geräten ist wichtig, um dein Konto sicherer vor Angriffen zu machen. Jetzt können wir auf unser Konto über die Webseite oder die Comdirect-App zugreifen. In den nächsten Tagen erhältst du per Post auch einen Brief mit den bestellten Bankkarten. Um sie verwenden zu können, müssen wir auf der Webseite unter Konto und Karte auch noch eine PIN vergeben. Das ist der vierstellige PIN-Code, welchen wir bei Kartenzahlungen angeben müssen. Mehr zu den Karten in einem späteren Kapitel noch. Wir können jetzt immer auf unser Konto über die Webseite zugreifen, wenn wir auf den persönlichen Bereich klicken und uns dort anmelden. Hier sehen wir auf einen Blick alle unsere Konten bei Comdirect, sei es unser Girokonto, Tagesgeld Plus oder Depot. Dort sehen wir auch direkt unser verfügbares Guthaben und die IBANs zu den Konten. Klicken wir ein Konto an, sehen wir auch chronologisch alle Umsätze, also Geld ein- und Ausgänge. Diese können wir auch einzeln anklicken, um mehr über den Empfänger zu erfahren und bspw. den Verwendungszweck zu sehen. Suchen wir nach einer bestimmten Transaktion, können wir diese am oberen Rand auch nach Zeitraum, Konto, Wörtern, Betrag oder Typfiltern. Wir haben auch die Möglichkeit, alle Transaktionen in der aktuellen Übersicht als CSV-Datei zu exportieren, falls wir die Daten in einem anderen Programm auswerten möchten. Wir erhalten jeden Monat auch unsere Kontoauszüge über unsere Postbox. Hier sehen wir alle Post, welche wir von Comdirect erhalten. Diese können wir als PDF downloaden und anschauen, sowie löschen oder archivieren. Auch hier haben wir Filtermöglichkeiten am oberen Rand, um genau das zu finden, was wir möchten. Möchtest du diese Informationen per Post erhalten, kannst du das über die Versandoptionen einstellen, wo pro Brief aber Gebühren anfallen. Ich rate dir eher, die kostenlosen E-Mail-Benachrichtigungen zu aktivieren, womit wir per Mail über Neuigkeiten in unserer Postbox informiert werden. Dann müssen wir nicht proaktiv in die Postbox schauen, ob wir etwas neues erhalten haben. Im oberen Menü unter unserem persönlichen Bereich kommen wir dann auch zu allen Depot und damit zusammenhängenden Orderfunktionen. Unter Konto und Karte kommen wir wieder zu allen Umsätzen unserer Konten, sowie können unser Girokonto anpassen, um bspw. auf eins der anderen Optionen zu wechseln oder die Kreditkarte oder Girocard nachträglich dazu zu buchen. Nutzt du die Comdirect App, können wir auf der Startseite direkt nach oben wischen, um unseren Gesamtbetrag auf die einzelnen Konten aufgeteilt zu sehen. Auch hier können wir die einzelnen Konten anklicken, um alle Umsätze chronologisch zu sehen. Am oberen rechten Rand haben wir hier die Postbox. Doch wie können wir jetzt Überweisungen durchführen und mit unserer Karte bezahlen? Überweisungen können wir im Web direkt auf der Startseite bei unserem Konto machen oder über Konto und Karte im oberen Menü. Dort müssen wir das Konto auswählen, von welchem die Überweisung gemacht werden soll. Als Empfänger geben wir standardmäßig ein anderes Konto an, wo wir dann den Namen und IBAN des Empfängers angeben. Hier können wir aber bspw. auch direkt Geld von einem zum anderen Konto in unserem Comdirect Account überweisen, also eine Umbuchung durchführen. Dann geben wir noch den Betrag an, wie viel wir überweisen möchten und optional können wir einen Verwendungszweck festlegen, welcher der Empfänger bei der Transaktion sehen kann. Alle Angaben können wir dann auch als Vorlage speichern, falls wir öfters unregelmäßig diese Überweisung durchführen möchten. Eine Vorlage können wir dann zukünftig hier einfach auswählen und anwenden. Die Überweisung können wir dann auch, falls von der Empfängerbank unterstützt, in Echtzeit überweisen, wo gegebenenfalls eine Gebühr entsteht, wenn du das Girokonto aktiv nutzt. Möchtest du, dass die Überweisung erst später ausgeführt wird, können wir auch eine Terminüberweisung mit bestimmten Datum angeben. Jetzt müssen wir nur noch die Überweisung mit der TAN App bestätigen und dann ist sie abgeschlossen. Möchten wir eine Auslandsüberweisung machen, müssen wir im Überweisungsfenster ganz oben zu Ausland wechseln. Dort können wir dann auch die Entgelt- und Kostenregelung auswählen und zur IBAN auch die BIC angeben. Haben wir jeden Monat eine immer wiederkehrende Überweisung, können wir unter Konto und Karte auch einen Dauerauftrag einstellen. Der funktioniert identisch wie eine normale Überweisung, nur dass wir zusätzlich ein Intervall festlegen können, wann die Überweisung immer automatisch ausgeführt werden soll. Dort können wir auch ein Start- und Enddatum festlegen, sowie einen Aussetzungszeitraum. Sobald wir einen Dauerauftrag erstellt haben, sehen wir ihn in der Übersicht der Daueraufträge und können ihn nachträglich auch wieder löschen oder bearbeiten. Unser Konto hat auch standardmäßig ein Überweisungslimit, wo wir dieses unter der Verwaltung auch ändern können. In der Comdirect App können wir direkt auf der Startseite eine neue Überweisung tätigen, wo wir Schritt für Schritt alle Informationen angeben. Nach der Kontoeröffnung haben wir ja auch unsere Debitkarte erhalten, sowie optional die Girocard oder Kreditkarte. Unter Konto und Karte müssen wir dann für jede Karte eine PIN festlegen, damit wir sie verwenden können. Hier sehen wir auch, was die jeweiligen Kartenlimits sind und können die Karte direkt sperren oder temporär deaktivieren, falls wir sie verloren haben. Auch einen Ersatz können wir hier bestellen. Ob man mit der Karte online, auslands oder kontaktlose Zahlungen durchführen können soll, können wir hier individuell einstellen und auch Google oder Apple Pay für diese aktivieren. Letzteres geht nur über die Comdirect App, wo wir auf unsere Karten über das Zahnrad am oberen linken Rand zugreifen können. Auch hier können wir sie deaktivieren oder sperren, sowie ganz unten dann zu Apple oder Google Pay hinzufügen. Ein eigenes Tutorial zu diesen Diensten findest du auch auf meinem Kanal. Jetzt können wir wie mit jeder anderen Karte auch damit einfach im Laden oder kontaktlos bezahlen, sowie mit den Karteninformationen im Internet shoppen. In der App sehen wir auch, wie viele der kostenlosen Bargeldabhebungen und Einzahlungen wir noch übrig haben. Bevor wir uns einloggen, können wir hier auch auf eine Karte zugreifen, wo wir direkt sehen, wo der nächste unterstützte Geldautomat oder Laden ist für eine Bargeldabhebung. Neben dem Girokonto können wir bei Comdirect auch unabhängig oder in Kombination ein Depot eröffnen, welches uns ermöglicht Wertpapiere zu handeln. Das Depot ist in den ersten drei Jahren komplett kostenlos und bleibt anschließend kostenlos, wenn du mindestens zwei Trades im Quartal ausführst, ein Girokonto bei der Comdirect hast oder einen Wertpapier-Sparplan regelmäßig aktiviert hast. Sonst fallen Kosten von 1,95€ pro Monat an. Die wirklichen Kosten entstehen jetzt aber, wenn du ein Wertpapier kaufst, genauer gesagt eine Order durchführst. Hier gilt ein Grundentgelt von 4,90€ pro Order plus Orderprovision von 0,25% des Ordervolumens. Das Entgelt ist maximal 59,90€ und mindestens 9,90€. Hier erhältst du im ersten Jahr das Grundentgelt reduziert und führst du mehr als 125 Trades im Halbjahr aus, erhältst du einen Rabatt von 15% im nächsten Halbjahr auf alle Gebühren. Günstiger dagegen können die Sparpläne sein, also wenn du monatlich wiederkehrend in beispielsweise einen ETF-Sparplan investieren willst. Hier zahlst du 1,5% des Ordervolumens pro Transaktion und kein Mindest- oder Grundentgelt. Das ist für kleine Beträge vorteilhafter. Sind dir die Gebühren zu teuer, kannst du dir auch ein Depot bei NIO Brokern wie Scalable Capital oder Trade Republic erstellen, wo die meisten dieser Gebühren wegfallen. Diese bieten aber meistens nicht alle Handelsplätze an, was die Comdirect hingegen tut. Haben wir ein Depot erstellt, können wir es über unseren persönlichen Bereich direkt aufrufen, wo wir Geld darauf überweisen müssen, damit wir dieses investieren können. Hier können wir uns dann auch Analysen zu unseren Investments anschauen und wir haben auch die Möglichkeit ein Musterdepot zu erstellen. Dort können wir virtuelle Käufe durchführen und schauen wie diese performen ohne echtes Geld zu investieren. Das ist zum Ausprobieren ohne Risiko super praktisch. Neben dem Depot können wir dann auch eine Order für ein bestimmtes Wertpapier ausführen, wo wir auch Order Limits einstellen können. Dort können wir dann auch festlegen, über welchen Handelsplatz wir die Order platzieren möchten und wie viele wir kaufen möchten. Über die App können wir auf der Startseite auch direkt eine Order ausführen und unser Depot sehen wir auch in der Kontenübersicht. Neben der eigenen Depotführung können wir unser Vermögen auch direkt von der Comdirect verwalten lassen. Hier bieten sie unter ComInvest einen Robo-Advisor an, der für dich investiert. Dieser kostet 0,95% monatlich als All-In-Entgelt und zusätzliche Produktkosten werden direkt aus dem Fondsvolumen genommen. Das ist natürlich teurer, als wenn du es selbst anlegst, aber dann musst du dich auch nicht darum kümmern. Neben dem Girokonto und dem Depot bietet die Comdirect auch Kredit- und Sparmöglichkeiten an. Einmal haben wir da das Tagesgeldkonto, welches direkt mit dem Girokonto eröffnet werden kann. Darauf erhalten wir einen höheren Zinssatz und es hat keine festen Laufzeiten oder Kündigungsfristen. Zum Girokonto können wir auch einen Dispo-Kreditrahmen beim Überzug aktivieren, welcher einen Sollzinssatz von 10,75% aktuell hat. Brauchen wir einen richtigen Kredit, können wir einen Drei-Raten-Service in Anspruch nehmen, wo wir 300 bis 10.000 Euro über die Laufzeit von drei Monaten abbezahlen können. Das kostet zwischen 4,90 Euro und 19,90 Euro. Auch eine Baufinanzierung können wir anfragen, welche ab 50.000 Euro losgeht und über bis zu 30 Jahren abbezahlt werden kann. Wir erhalten hier auch eine ausführliche Beispielrechnung, aber am Ende musst du ein individuelles Angebot anfordern. Falls du einen unabhängigen Kredit benötigst, arbeitet die Comdirect auch mit der Commerzbank zusammen, wo du dir den Kreditbetrag und Laufzeit selbst einstellen kannst. Werfen wir abschließend noch einen Blick in die Einstellungen, welche wir in unserem persönlichen Bereich unter Verwaltung finden. Dort können wir alle unsere persönlichen Daten verwalten, wo wir auch unsere Login-Daten ändern können. Auch alle Pins für die TAN-App, normale App oder Karten können wir hier anpassen. Unter der Session-Verwaltung können wir auch festlegen, wie schnell wir aus einer Anmeldung nach Inaktivität hinausgeschmissen werden möchten. Falls wir Drittanbietern Zugriff auf unser Konto gegeben haben, können wir diese hier auch verwalten und unter Depot und Trading sehen wir, ob wir von Vergünstigungen durch viele Trades profitieren. In der Steuerübersicht können wir auch einen Freistellungsauftrag einstellen sowie sehen alle relevanten Gewinne und Verluste von unserem Depot, was für die Steuern relevant sein kann. Unter Einstellungen können wir dann noch festlegen, wo die einzelnen Menüpunkte oberhalb hinführen, wenn wir direkt auf den Namen klicken. In der App können wir auf die Einstellungen am oberen linken Rand zugreifen. Dort können wir direkt die Bank kontaktieren sowie das App-Passwort ändern und die Benachrichtigungen für die App einstellen. Auch ob wir Angebote sehen möchten, auf der Apple Watch der Kontostand sichtbar sein kann oder wir eine Sprachüberweisung durchführen können, kann hier eingestellt werden. Möchten wir eines unserer Konten kündigen, können wir das über unsere persönlichen Daten ganz unten auf der Seite machen. Eröffne jetzt ein Konto bei der Comdirect über den ersten Link in der Beschreibung und probiere es selbst aus. Für mehr Tutorials zu anderen Banken oder Finanz-Apps wie FinanzGuru schau gerne auf meinem Kanal vorbei. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.